moin freunde und damit willkommen zurück zu einem neuen video ich zeige euch dieses mal meine obs einstellungen für 2023 was sich geändert hat mit der neuen version und alles wie meine einstellungen diesmal sind und zwar fangen wir an bei den windows einstellungen ganz kurz xbox game war natürlich aus aufzeichnung sachen alles aus spielmodus ein gut das wäre das als nächstes kommen wir zu diesen einstellungen das hier können wir ignorieren das könnt ihr ruhig auf 100 prozent bei euch lassen bildschirmauflösung habe ich diese da die bei mir hoch skaliert ist und ich normal nur 1080p monitor hier am zweitrechner habe gehen wir mal auf die erweiterung einstellungen sieht man auch hier desktopauflösung hoch skaliert und aktiv habe ich eigentlich ein 1080p alles auf 60hz laufen lassen wenn ihr nicht wisst wie ihr das einstellt dass es auf 60hz läuft dann seht ihr das in meinem anderen video gut das dazu dann haben wir noch die grafikeinstellungen hardware bestehende gpu planung habe ich diesmal an gut das war's mit den windows einstellungen hier erstmal dann kommen wir zu den obs einstellungen sagt so hier habe ich soweit alles auf standard stehen stream habe ich nicht in nutzen momentan aufnahme so ich nehme zurzeit den mp4 auf wäre natürlich sinnvoller mkv aufzunehmen da die dateien nicht beschädigen wenn man mittendrin abbricht oder der pc runter stürzt in dem sinne ja so aber mein bearbeitungsprogramm nimmt die andere sache nicht an auch nicht wenn ich sind mp4 remokse deswegen muss ich in mp4 momentan aufnehmen so dann kommen wir hier meine encoder einstellungen ich habe variable bitrate 65.000 70.000 maximal key intervall 2 mittlere einstellungen bei den voreinstellungen dazu erkläre ich gleich noch mal kurz was hohe qualität zwei durchgänge geförterte auflösung high 0 2 audio habe ich auf 320 bitrate alles andere auf standard stehen so weit jetzt sind wir hier basis leinwand holt ihr die vom monitor oder die virtuelle auflösung die ihr habt auf jeden fall wird dem vorgegeben hier 1440p skalieren tue ich in 4k hoch damit ich das video nicht noch mal neu rendern muss und alles und ja das ist auch der grund warum ich nur die mittlere einstellung bei den voreinstellungen nehmen kann weil sobald ich höher gehe überlastet der encoder und ja dann ruckelt es halt gut skalierungsfilter habe ich auf area stehen gewichtete summe gehe ich höher überschärft mein bild gerade bei schriften sieht man das deutlich dann und gehe ich niedriger dann ist es halt eben verschwommener 60 fps eingestellt ja hotkeys kann hier den wdl machen und prozessor priorität habe ich auf hoch stehen gut das war auch schon die einstellung hier in dem menü so kommen wir hier zum audio also zu der spiel lautstärke die steht bei mir auf minus 6 decibel filter habe ich noch eingehauen und kompressor der sieht so aus gut dann kommen wir zur mikrofoneinstellung das man natürlich auf 100 prozent auch in den windows einstellungen auf 100 prozent lassen habe ich als ersten rauschunterdrückung drin die dann so aussieht das sieht dann alles hier so weiter aus die einstellungen das sind dann die audio einstellung so dass ich das mikrofon nicht jedes mal abändern muss oder sonst was so bleibt die lautstärke mit der spiel audio relativ gut erhalten so dass man mich hört das spiel hört und alles gut läuft das sind die einstellungen vom obs sonst habe ich jetzt hier erstmal nix bei diesen obs einzustellen dann gehe ich kurz in die in video einstellungen so da habe ich jetzt wie man hier sieht ist dieses dsr an damit ich es auf 4 auf 4k auf 2k hoch skalieren kann er zweiter auf 1440p hoch skalieren kann gut und die hintergrundanwendung habe ich auf 60 fps begrenzt und die maximale auf 60 fps mehr brauche ich nicht zum aufnehmen da ich nur in 60 fps aufnehme und das reicht auch vollkommen für mich aus ja was vielleicht noch interessant wäre so hier sieht man dann die dynamic super resolution hoch skaliert mit 60 scherz gerade mal schauen was wir hier sonst haben da war das genau gut das wäre es eigentlich mit dem video hier schon gewesen die einstellungen sind damit kurz erklärt könnt ihr ja mal probieren ob es bei euch gut läuft oder nicht und da würde ich auch sagen was das wieder mit diesem video und dann bis zum nächsten mal auf wiedersehen